Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Lernen Leichtgemacht. Mein Name ist Philipp und in diesem Video gebe ich euch einen Überblick über die Entwicklung von Brandenburg-Preußen in der Neuzeit. Wie entwickelte sich Brandenburg-Preußen zur fünften europäischen Großmacht? Welche Rolle spielt Friedrich der Große? Und was versteht man unter dem aufgeklärten Absolutismus? Diese und noch einige Fragen mehr werde ich euch in den nächsten Minuten beantworten. Und wie immer kurz, kompakt und vor allem verständlich die wichtigsten Fakten erklären. Jetzt geht's los! Aus meiner Reihe Varianten staatlicher Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert fehlt noch ein bedeutendes Land, das als letztes in den Kreis der neuzeitlichen europäischen Großmächte aufgestiegen war, nämlich Preußen. Die Mark Brandenburg spielte zwar im Mittelalter bereits eine wichtige Rolle, war zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Großmacht, sondern einer von mehreren Mittelstaaten. An Bedeutung gewinnt die Mark Brandenburg im 14. Jahrhundert zunächst unter den bayerischen Mittelsbachern, die ab 1320 dort herrschten, und anschließend unter den Luxemburgern, die ab 1373 die Herrschaft in der Mark erlangten. Hierzu ist zu sagen, dass diese beiden Geschlechter im Reich sehr mächtig waren, denn sowohl die bayerischen Mittelsbacher als auch die Luxemburger stellten im 14. Jahrhundert die Könige bzw. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, bevor die Habsburger diese deutsche Königs- bzw. Kaiserwürde dauerhaft für sich sichern konnten. Aber warum weckte diese Mark Brandenburg bei den Anwärtern auf den römisch-deutschen Thron derartige Begehrlichkeit? Das hat vor allem mit einem im Jahr 1356 von Kaiser Karl IV. erlassenen Schriftstück zu tun. Und zwar, viele wissen es von euch wahrscheinlich schon, die Goldene Bulle. Dieser regelt nämlich die Wahl des römisch-deutschen Königs und legt natürlich auch die Wahlberechtigten fest. Wahlberechtigt, das sind bzw. waren sieben Kurfürsten, einer darunter der Markgraf von Brandenburg. Wie kam nun das Geschlecht der Hohenzollern, das wir ja mit Preußen und Brandenburg verbinden, denn zu diesem Besitz bzw. zur Herrschaft über Brandenburg? Indirekt hat das natürlich auch wieder mit der Kurfürde des Markgrafen von Brandenburg zu tun. Denn im Jahr 1410 kam es zu einer strittigen Königswahl zwischen den Cousins Sigismund von Luxemburg und Jobst von Meeren. Also beide konnten dummerweise nur drei Stimmen auf sich vereinen und die entscheidende siebte Stimme, die ausschlaggebend für die Königswahl war, war jene aus der Mark Brandenburg. Da aber beide Anwärter auf den Thron die brandenburgische Stimme für sich beanspruchten, mussten die übrigen Kurfürsten entscheiden, wer denn nun der rechtmäßige Markgraf von Brandenburg war. Sigismund oder Jobst? Das Kurfürstenkollegium erklärte dann Jobst von Meeren als rechtmäßigen Markgrafen und natürlich konnte dieser dann diese Stimme auf sich vereinen und wurde zum neunrömisch-deutschen König gewählt. Im Kollegium, also in diesem Wahlkollegium, vertrat Friedrich von Nürnberg aus dem Haus der Hohenzollern die Interessen von Sigismund, der jetzt in der ersten Instanz bei der Wahl unterlegen war. Als aber König Jobst von Meeren dann ein Jahr nach seiner Krönung zum König verstarb, die Umstände sind bis heute noch nicht ganz geklärt, ging die Krone endgültig an Sigismund von Luxemburg über. Als Dank für die Unterstützung belehnte der König Sigismund dann seinen Schwager Friedrich den Hohenzollern praktisch 1415 bzw. 1417 mit der Mark Brandenburg und machte ihn damit zum Kurfürsten. Somit war das Haus Hohenzollern in den Besitz von Brandenburg gekommen. Durch eine geschickte Heiratspolitik versuchten nun die Hohenzollern ihren Herrschaftsbereich auszudehnen. Durch die Verheiratung des brandenburgischen Kurprinzen Johann Sigismund mit der Tochter des preußischen Herzogs war der Grundstein für die hohenzollerische Herrschaft in Preußen gelegt. Als nämlich Johann Sigmunds Schwiegervater, der Herzog von Preußen, im Jahr 1618 verstarb, konnte er die Herrschaft in Preußen antreten. Ab diesem Zeitpunkt war dann praktisch Brandenburg und Preußen in Personalunion über den Hohenzollern praktisch verbunden. Während des Dreißigjährigen Kriegs dann, der ja in diesem Jahr auch begann, wurde Brandenburg schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der westfälische Frieden, der den Dreißigjährigen Krieg beendete, bescherte den Hohenzollern Gebietsgewinne, unter anderem Hinterbommern. Doch diese Gebietsgewinne waren für Brandenburg, Preußen zwar wichtig und gut, doch hatte es nach dem Dreißigjährigen Krieg diese Situation gegeben, dass Preußen von übermächtigen Staaten umgeben war. Es war zum Beispiel Schweden im Norden, die Franzosen im Westen, die Polen im Osten und natürlich die Habsburger im Süden. Zudem lagen die Landesteile Brandenburgs und Preußens weit auseinander, was eine Konsolidierung erschwerte. Dennoch begann Friedrich Wilhelm dann, der auch als der große Kurfürst bezeichnet wird, eine Reform- und Konsolidierungspolitik. Er versuchte, seine nach dem Krieg schwer zerstörten und wirtschaftlich unterentwickelten Herrschaftsgebiete aufzubauen und somit eine wichtige finanzielle Basis für den weiteren Aufstieg zu schaffen. Neben zahlreichen Wirtschaftsreformen und dem Aufbau von Infrastruktur, also zum Beispiel einem Postwesen von neuen Straßen und Kanälen, nahm er unter anderem Tausende aus Frankreich von Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, vertriebene Huguenotten auf, die dann wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung seines Landes beitrugen. Ab 1676 übernimmt er dann auch eine merkantilistische Wirtschaftspolitik nach französischem Vorbild. Politisch war Friedrich Wilhelm ein Kind seiner Zeit, logischerweise. Und wir sind gerade im Zeitalter des Absolutismus. Er entmachtete die Stände und vereinte immer mehr Macht auf seiner Person. Er begann, die Verwaltung zu zentralisieren und ein professionelles Beamtentum aufzubauen. Auch militärisch rüstete Friedrich Wilhelm auf, um mit einer klugen Schaukelpolitik zwischen den Großmächten seine schlechte geografische Lage der damaligen Zeit auszugleichen. Mit seinem schlagkräftigen stehenden Heer wurde er zu einem begehrten Bündnispartner der europäischen Großmächte und konnte somit auch die Bedeutung seines Landes steigern. Am Ende seiner Herrschaft war Brandenburg-Preußen zu einer anerkannten europäischen Mittelmacht aufgestiegen und im Heiligen Römischen Reich sogar zur Nummer 2 nach den österreichischen Habsburgern. Neben diesen Leistungen konnte Friedrich Wilhelm im Jahr 1657 mit dem Vertrag von Wehlau seine preußischen Territorien von der polnischen Oberhoheit lösen. Denn Friedrich Wilhelm war in Preußen eigentlich Lehnsmann des polnischen Königs. Also er bekam sozusagen dieses Gebiet Preußen, beziehungsweise nur einen Teil davon eigentlich als Lehen. Hierfür nutzte er einmal mehr die mistliche Lage der Polen aus, die im Zweiten Nordischen Krieg, der von 1655 bis 1660, 1661 dauerte, von den Schweden angegriffen wurden. Er trat auf der Seite der Polen in diesem Konflikt ein, nur unter der Zusicherung die volle Souveränität über seinen Teil von Preußen zu erhalten. Damit war dann der Weg für seinen Sohn Friedrich III. frei, Preußen zu einem eigenständigen Königreich zu erheben. Im Jahr 1701 erfolgte dann diese Rangerhöhung, beziehungsweise die Gründung des Königreichs Preußen. Dabei ist zu bemerken, dass Friedrich III. von Brandenburg, der sich dann später Friedrich I. König in Preußen nennen musste. Und zwar König in Preußen, das hat eigentlich zwei Gründe. Einerseits hat das den ersten Grund, dass er nur einen Teil Preußens beherrschte, denn das Ganze war ja noch, beziehungsweise der zwei andere Teil, war noch, unterstand noch dem polnischen König. Und der Habsburger Kaiser, der wollte natürlich im Heiligen Römischen Reich keinen neuen König neben sich haben. Also er wollte keinen König von Brandenburg, das konnte er nicht akzeptieren, der sollte Kurfürst bleiben. Aber in Preußen, dass er außerhalb des Reiches lag, konnte der Habsburger Kaiser Leopold dies dann auch akzeptieren. Nach der Rangerhöhung zum Königreich galt es für die Hohenzollern, ihr Territorium nun weiter zu entwickeln. Entscheidend legte dabei die Weichen Friedrich Wilhelm I., der nach dem Tod seines Vaters, König Friedrich I., also den wir zuvor gehört hatten, der erste König von Preußen, in der dann im Jahr 1713 die Geschicke des Hauses Hohenzollerns in die Hand nahm. Friedrich Wilhelm hatte zwei Prioritäten. Zwar erstens den Ausbau des stehenden Heeres, denn er sah im Militär die Stütze der Macht sowohl nach innen als auch nach außen. Und zweitens die Stärkung der Wirtschaft, damit genug Geld in die staatlichen Kassen fließen konnte. Dafür vereinheitlichte und zentralisierte er die Verwaltung. Er setzte weiter auf eine merkantilistische Politik und förderte Handel und Gewerbe. Zudem führte er im Jahr 1717 die allgemeine Schulpflicht ein, um künftig auf gut ausgebildete Fachkräfte zählen zu können. Auf dieser soliden Basis konnte dann sein Sohn Friedrich II., und jetzt sind wir bei Friedrich dem Großen, der konnte dann den weiteren Aufstieg Preußens auf dieser Basis zur Großmacht angehen. Doch was braucht es eigentlich, um Großmacht zu sein? Um eine florierende Wirtschaft und eine schlagkräftige Armee hatte Preußen bereits. Insofern galt es, das Land zu vergrößern, also Territorien zu gewinnen. Friedrich II. hatte es da vor allem auf das reiche und florierende Schlesien abgesehen, das zum Reich der Habsburger gehörte. Als Vorwand für seine aggressiven Pläne nannte er alte Ansprüche Brandenburgs auf Schlesien aus dem Mittelalter, sowie den Schutz der dort mehrheitlich protestantischen Bevölkerung vor der Unterdrückung durch die katholischen Habsburger. Als nun der Habsburger Kaiser Karl VI. verstarb und seine Tochter Maria Theresia die Herrschaft in Österreich angehen sollte und übernehmen sollte, sah Friedrich II. die perfekte Gelegenheit gekommen, um seine Pläne nun in die Tat umzusetzen. Denn Friedrich II. focht die pragmatische Sanktion aus dem Jahr 1713 an, die ja in Österreich auch die weibliche Erbfolge garantieren sollte. Am 11. Dezember 1740 marschierten dann die Preußen in Schlesien ein. Dies war der Auftakt für die drei schlesischen Kriege. Wobei man hier auch sagen muss bzw. erwähnen sollte, dass der erste und der zweite schlesische Krieg in den österreichischen Erbfolgekrieg hineinfallen, der von 1741 bis 1748 andauerte und der dritte schlesische Krieg auch als der siebenjährige Krieg bezeichnet wird. Im ersten schlesischen Krieg konnte Friedrich II. die nur unzureichend vorbereiteten Österreicher rasch aus Schlesien vertreiben. Zudem profitierte Preußen davon, dass auch Frankreich, Spanien, Sardinien, Bayern und Sachsen Österreich den Krieg erklärt hatten. Eben im Zuge dieses österreichischen Erbfolgekrieges. Preußen konnte den Rückeroberungsversuch der Österreicher im Jahr 1741 dann erfolgreich abwehren. 1742, also ein Jahr später, schlossen die Österreicher dann mit den Preußen einen Sonderfrieden, da Maria Theresia sich darauf konzentrieren musste, den Bayer Karl Albrecht, der Böhmen besetzte, zu besiegen und Böhmen zurückzuerobern. Denn dieser Karl Albrecht von Bayern, der war auch 1742 zum neuen römisch-deutschen Kaiser Karl VII. gewählt worden. Das war für Maria Theresia in diesem Moment die größere Gefahr und deshalb musste sie hier irgendwie schauen mit den Preußen eine Übereinkunft zu schließen, damit sie freie Hand gegen die Bayern hatte. Als Maria Theresia nun erfolgreich die Bayern besiegte und sich auch noch England auf die Seite Österreichs stellte, änderten sich diese Kräfteverhältnisse im österreichischen Erbfolgekrieg. Die Österreicher bekamen wieder die Oberhand. Und Friedrich II. befürchtete nicht zu Unrecht, dass die Österreicher nun mit den Preußen abrechnen würden, wie sie es vorher schon mit den Bayern taten. Gemäß dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, entschied sich Friedrich II. 1744 zum Einmarsch von Schlesien aus in das österreichische Böhmen. Damit war der Zweite schlesische Krieg ausgelöst bzw. es hatte begonnen. Obwohl Preußen das österreichische Heer besiegen konnte und auch Prag nach zweiwöchiger Belagerung einnahm, war der Feldzug nicht erfolgreich. Denn die Hinhaltetaktik der Österreicher, die langen Nachschubwege der Preußen und die zunehmende Auflösung der preußischen Armee zwang Friedrich II. dann zum Rückzug nach Schlesien. Im Jahr darauf gingen die Österreicher wieder in die Offensive über und fielen in Schlesien ein und versuchten, die Preußen aus Schlesien wieder zu verdrängen. Trotz arger Bedrängnis konnten die Preußen diesen Angriff der Österreicher abwehren. Am 25. Dezember 1745 einigten sich dann Österreich und Preußen im Friedensschluss von Dresden. Preußen sollte Schlesien behalten dürfen und im Gegenzug sollte Friedrich II., also Friedrich der Große, den Mann Maria Theresias, Franz Stephan, als den neuen Kaiser im Heiligen Römischen Reich anerkennen. Also hier hatte man sich auf diesen Kuhhandel geeinigt. Der Dritte Schlesische Krieg bzw. der Siebenjährige Krieg übertraf in seiner Dimension den Ersten und den Zweiten Schlesischen Krieg bei Weitem. Der Siebenjährige Krieg war ein weltweit geführter Konflikt zwischen Preußen und Großbritannien auf der einen Seite, Österreich, Frankreich und Russland auf der anderen Seite. Insofern waren neben noch vielen kleinen und mittleren Staaten alle europäischen Großmächte der damaligen Zeit in diesem Krieg involviert. Auf dem europäischen Kontinent war es vor allem ein Kampf aller gegen die Preußen. Der andere Schauplatz, das waren die Kolonien sowohl in Asien als auch in Afrika, wo hauptsächlich die Engländer gegen die Franzosen kämpften. Zurück nach Europa. Warum ein Krieg aller gegen die Preußen? Und zwar, weil Friedrich der Große noch immer seinen Gebietshunger nicht gestillt hatte. Er wollte sein Territorium auf Kosten von Sachsen und von Schweden, das im Besitz von Vorpommern und Mecklenburg war, erweitern. Und auch die Eroberung von Schlesiens, das sie ja von Österreich abgezwackt hatten, diese Eroberung wollte er absichern. Er traute den Österreichern immer noch nicht. Angesichts dieser Situation entschloss sich Friedrich II. abermals zur Offensive und fiel in Sachsen ein. Nach jahrenblutiger Auseinandersetzung entschied schließlich das Ausscheiden Russlands aus der Koalition mit Österreich und Frankreich über den Krieg, da dort die herrschende Zarin Elisabeth im Jahr 1762 verstorben war und ihr Nachfolger den Krieg nicht mehr weiterführen wollte. Somit hatte Preußen diesen Ansturm der anderen europäischen Mächte überstanden und im Jahr 1763 schloss es einen Frieden mit seinen Gegnern, den sogenannten Frieden von Hubertusburg, in dem sich alle beteiligten Mächte in Europa auf den Status quo ante bellum, so nennt man das in Latein, das bedeutet einfach, auf den Gebietsstand von vor dem Krieg einigen. Das bedeutet im Klartext, also niemand hatte was gewonnen, niemand hatte was verloren, für die Preußen war aber wichtig. Schlesien blieb bei Preußen. Preußen, das war in diesem Krieg zeitweise wirklich am Rand des Untergangs, denn sowohl die Franzosen als auch die Österreicher und die Russen übten mächtig Druck auf das alleine dastehende Preußen aus. Doch Preußen hatte sich behauptet und nach diesem Siebenjährigen Krieg war Preußen endgültig zur fünften europäischen Großmacht aufgestiegen. Dieser kriegerische Friedrich der Große wird aber auch immer als einer der wichtigsten Vertreter des aufgeklärten Absolutismus bezeichnet. Das Denken und das Handeln eines aufgeklärten Monarchen ist wesentlich von den Ideen der Aufklärung beeinflusst. Diese sieht die Vernunft als zentrales Element an, die auch natürlich in der Staatsführung oberste Maxime sein sollte. Ein aufgeklärter Monarch strebt nach einer vernünftigen Ordnung und Verwaltung seines Staates und sieht es als seine Verpflichtung an, für das Gemeinwohl zu sorgen. So bezeichnete sich Friedrich II. als ersten Diener des Staates. Hier sieht man den klaren Gegensatz zum höfischen Absolutismus, etwa Ludwigs XIV. von Frankreich, dessen verschwenderisches Leben und die Sicht seiner Person als der Mittelpunkt des Staates im klaren Gegensatz zu den Ideen des aufgeklärten Absolutismus stehen. Dennoch darf man bei dem Begriff aufgeklärter Absolutismus Absolutismus nicht vergessen. Was ich damit sagen will, ist, dass auch die aufgeklärten Monarchen wie Friedrich II. von Preußen, Maria Theresia oder Josef II. von Österreich oder auch die russische Zarin Katharina die Große uneingeschränkt herrschten und keine politische Mitsprache zuließen. Vor allem bringt man diese Monarchen mit dem Gemeinwohl in Verbindung durch ihre Reformen. Grundsätzlich wurden in allen Ländern verschiedene Maßnahmen gesetzt, wie zum Beispiel die Schaffung einer gewissen Rechtsstaatlichkeit, zumindest einen Rechtsstaat, wo alle tendenziell gleich behandelt werden. In Preußen kann man dafür das allgemeine Landrecht hernehmen, in Österreich zum Beispiel das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Ein verstärkter Ausbau des Beamtentums zur effizienten Verwaltung des Staates, Toleranz gegenüber religiösen und ethnischen Minderheiten, insofern auch die Abkehr vom Grundsatz cuius regio eius religio. Die Aufweichung, und das ist ganz wichtig, der Leibeigenschaft der Bauern, also dieses Relikt aus dem Mittelalter, wird von vielen aufgeklärten Monarchen aufgeweicht. Auch die Folter bzw. entwürdigende Strafen werden abgeschafft. Und, das ist auch ganz wichtig, die Schulpflicht wird unter diesen, oder in den meisten Ländern unter diesen aufgeklärten Monarchen eingeführt. Wer war dieser Friedrich der Große eigentlich? Welche Person steckt eigentlich hinter dieser kriegerischen Persönlichkeit des Preußenkönigs? Fragen wir einmal nach. Friedrich II. war ein vielseitig begabter Mensch. Er gilt als ein aufgeklärter Monarch, und er korrespondierte mit den großen Denkern seiner Zeit, zum Beispiel auch mit Voltaire. Er betätigte sich aber auch selber als Literat und verfasste unter anderem den Anti-Machiavellen. Ein Werk, in dem er die staatspolitischen Grundsätze Machiavellis im Geiste der Aufklärung analysierte. Im Jahr 1738 trat Friedrich auch dem Geheimpunt der Freimaurer bei. Auch an der Kunst war Friedrich interessiert und entwarf sogar selbst brauchbare Skizzen, beispielsweise seines Schlosses Sanssouci. Er spielte sehr gut Querflöte und komponierte auch selber Opern. Gegenüber Frauen hatte Friedrich ein gespaltenes Verhältnis. Er maß den Frauen nicht denselben Geistreichtum wie Männern zu und sah sie praktisch in dieser Beziehung als dem Mann unterlegen an. In seinem Schloss Sanssouci hatten Frauen auch keinen Zutritt, nicht einmal seine Ehefrau Elisabeth. Friedrich zeugte auch keinen Nachkommen, und zwar nicht, weil er dazu nicht imstande gewesen wäre, sondern weil er angeblich seine Ehefrau niemals angerührt habe. Zeitgenossen beschreiben Friedrich als eher dem männlichen Geschlecht zugetan als dem weiblichen. Seine größte Leidenschaft war aber nicht die Philosophie, nicht die Kunst oder auch nicht die Musik, sondern seine Hunde. Sie schliefen bei ihm im Bett, er fütterte sie bei Tisch und Friedrich erließ sogar in seinem Testament, neben den Hunden in der Gruft seines Schlosses beerdigt zu werden. So, das waren nun viele Infos zur Entwicklung Preußens, zur europäischen Großmacht und zum aufgeklärten Absolutismus. Damit solltet ihr bei diesem Thema optimal vorbereitet sein. Schaut euch auch meine anderen Videos aus der Reihe Varianten staatlicher Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert an. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo meines Kanals oder über eine Weiterempfehlung. Nutzt auch die Kommentarfunktion, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal.